Auf unserer Homepage, auf Facebook und natürlich auch auf Instagram. Und jetzt kommen wir zu den tapferen Foten. Fred Rappen-Lieder, Sie sind zum ersten Mal heute bei uns zu Gast. Schön, dass Sie da sind. Wo liegt so der Schwerpunkt, die da arbeiten? Der Schwerpunkt liegt bei uns darin, ein eigenes Tier aufzubauen. Wo? In Burgers, also an der Schwarzwäckküste in Bulgarien. Ja. Ja, ein bisschen außerhalb gelegt.